Komm, kill mich. Ja! Jetzt! Ja, wir müssen gar nicht über Tasks reden, also ich möchte ja nicht behaupten, dass ich gerade einfach Exo Phoenix gesehen habe, wie er Lila umgebraucht hat, aber es ist absolut orange. Scheiße, Mann, Alter, wie es so kommt, wo dann genau rein. Wie wir einfach eine Falle gestellt haben, Alter. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Wettung Video auf unserem Kanal Gokkel Gaming. Ich bin Serio Levi und heute gibt es eine weitere Folge Among Us. Mit dabei sind wunderbare Menschen. Einmal ist der Lauchi mit dabei. Hallo, da bin ich auch dabei. Da ist er auch dabei. Perfekt. Rosa? Hallo. Pizza. Guten Abend. Wait. Weißt du was? Und Exo Phoenix. Moin moin. Und jetzt geht's los. Mute. Oh fuck. Niemals. Ja. Oh. Wir spielen übrigens auf Polos. Also auf der... Ja, auf der zweiten coolen... auf der coolsten Map eigentlich kann man sagen. Ich muss hier perfekt erstmal schon mal die Sachen auffüllen. Beste Quest. Körper. Rosa stand da schon sehr lange. Aber... Ja, aber... Ich... Es kann auch sein, dass sie es... Ja, ne. Irgendjemand... Ah, Rosa ist wahrscheinlich in Camps. Gucke ich mal kurz nach. Okay, ich bin hier direkt... Und da jetzt. Panic Bad. Ist... In Camps. Bei mir natürlich... Wo Rosa ist. Die ist doch hier hochgelaufen, oder? Naja. Können wir mal kurz in Admin reingucken. Ah, da steht jetzt. Hallo. Moin. Wo war die Leiche? Ich hab Rosa vor kurzem noch gesehen. Aus Communication, da war Exo Phoenix und da bin ich rausgegangen, da war die Leiche. Ja, hab ich schon länger bei dir. Aha. Ähm... Ja, ich mach mir mal grad ne Podos Map auf. Wo ist denn komm's? Da unten. Also ich hab Rosa auf jeden Fall bei dem Labyrinth gesehen. Bei... Wo bei dem Eingang zur Elektrik... Ich hab grad Elektriker gefixt. Ich hab grad Elektrik... Ja, wo man dieses Labyrinth da durchführen muss. Ihr wisst schon. Leitzwahn aus, was? Ja, ja, Leitz war grad cool. Ich hab die direkt einmal gefixt. Äh... Das ist ein Self-report. Nein, das ist nicht. Nein. Perfekt. Perfekt. Zwei haben direkt Instant Vote gemacht. Perfekt. Ach, Leute. Zumut muten, well. Komm, okay. Storage kann man da hinwenden, okay. Okay, okay, okay. Wir werden gleich mal ein bisschen, wenn wir unsere Taskwärte haben am Atom-Table schillen. Das muss ich hier check Temperature. Ach so. Lauchi, böse. Ach. Aber, naja. Wenn jetzt jemand stirbt, das ist natürlich Lauchi. Er guckt auch gerne Admin, ne? Lauchi. Office. Komms. Komms. Ich geh jetzt einmal zu O2. Und wenn dann einer da liegt, dann ist es mit hoher, hoher, hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm. Quaid oder Exophönix, mein ich war das. Ich muss Download Data machen. Hier, ne? Ja. Gut. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem Task. Also der Post, der muss sich hier mal ran halten. Wir haben schon relativ viel von den Task fertig. Und ich werde jetzt gleich zurück zu Office gehen. Ah ne. Okay. Ich muss noch einmal Coms gehen. Den Download, äh, oder wieder uploaden. Oh. Oh. Ah. 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 Okay. Ich geh jetzt gleich Office und guck mal, ob da jemand liegt. Ist jemand tot? Ähm. Ähm. Das fand ich jetzt aber schon sass. Das fand ich jetzt schon sass. Das war jetzt schon relativ schnell, ne? Ist aber irgendwo jemand. Das ist keiner tot. Okay. Ich hab alle meine Tasks fertig. Ich weiß nicht, was der Imposter macht. Pizza? Aus? Böse? Wo sind die anderen? Ich seh Lauchi gar nicht. O2 ist jemand? Ja. 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 Ja, ich, ähm. Ja, äh. Ja, und jetzt. Was? so um aber das mal eine Frage lauten wo warst du die ganze Zeit ich war irgendwo ich war erst haben die das jetzt nicht gesehen wie der Fertigkeitskanzlei das jetzt nicht gesehen dann bin ich hochgegangen das jetzt nicht gesehen ist ja wo du kurz warst ich hab da diese selbe Task wie du gemacht und dann bin ich Prozent bei O2 gewesen hat da halt gesehen Baumtask gemacht und dann Leute ja das war's okay ähm warte mal ich habe meine ganzen Tasks schon erledigt wir müssen gar nicht über Tasks reden also ich will ja nicht behaupten ich hab da einfach exo phoenix gesehen hab wie er Lila umgebraucht hat aber es ist absolut orange wie wir einfach eine Falle gestellt haben er ist ungefähr er chillt einfach in der Ecke in Office und da in die Ecke und ich mich ja egal und ich stell mich extra da rein und dann komm ich geh mich geh mich an ich weiß nicht wo wo du kommst ne kommst ne kommst was naja wo ich bin ich imposter ja exo phoenix ist jetzt schon bisschen sass weil der ist da als letztes hingegangen weiß nicht ob es einfach nicht gecheckt hat links den dritten was für ein Ding? von den Schlüsseln ich wusste es ich wusste es ich wusste es ich wusste es als er schon ankam warum sterbe ich immer als erstes? hallo ich nehm auf ich muss das muss ein YouTube Bonus hier sein hallo? aber die müssten jetzt eigentlich checken weil ja diesen ja äh kb8 ist halt der einzige der jetzt guck doch mal Vitals oh da ist er und er killt jetzt Lauchy und er killt jetzt Lauchy oder? ah ok was machen die da? Junge jetzt gucken die Vitals oh perfekt sabotieren muss man echt sagen und einer wird jetzt gleich gekillt aber ne jetzt kann ah ok ich wurde gefahren Leute hab ich gar nicht gesehen ja gut ähm exo phoenix was willst du jetzt dazu sagen? hä wie? ich bin doch auch du bist einfach an der vorbeigelaufen ich bin einfach auch fast an der vorbeigelaufen ja ich hab's ja wenn du auch fast an der vorbeigelaufen bist ich hab's übersehen die Spür sorry dass ich's nicht gesehen hab' ja aber du bist ja nicht die ganze Zeit rum rum gelaufen also hä? ja aber ich hä? Leute verkackt's nicht? ich war doch die ganze Zeit mit rosa bin ich rum gelaufen wie hätte ich da ein kill machen können wenn ich nach oben gelaufen bin dann direkt? ich überlege ich gar nicht mal sich nochmal kurz abbiegen dann nochmal töten dann komme ich wieder nach unten zu dir wohl sie über Leiche überhaupt liegt aber ok äh bei diesem rechten Ding da auch nach oben bevor und wie alt also aber ich würde bei vier skippen bei vier wurden ist dumm nein das ist schlau wir sind schon zwei tot hallo großes hat gar nichts ach gott der war aber die drei anderen drei waren alle anderen vier waren alle zusammen und ach gott jetzt müssen wir gleich noch ein spekt sample machen ok er läuft hoch Office Fixed Wiring ist hier ne? aber Lauchy auf Lauchy wurde gar nicht eingegangen wir haben gar nicht gesehen dass schon zwei tot sind und es wird jemand umgebracht ne doch nicht ok loll zwei mal in oh nein rosa oh mein gott alter was oh 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 ich glaube wir, das wird ne win das wird ne win das war kubait hundertprozentig ich bin mitgebeid und exo phoenix hingelaufen zum lichter fixen und dann bin ich halt vorne gewesen und als ich halt dann zurückgegangen bin ich war vorne ich war vor euch ich bin weggelaufen ich war jetzt schon ich habe ding ich habe rosa gesehen und da bin ich runtergelaufen ich bin runtergelaufen ich war jetzt in o2 ich bin rechts raus es ist immer noch geburt ich war und du bist mit uns hingelaufen ja ich war vor euch ich bin lange vor ich losgelaufen aber das musst du gewesen sein nein ich denke also wirklich schreibt bitte nicht rein in disco das wird alles angezeigt und ist ja aber mich verdächtigen ja 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 aber das ist auch echt gut dass du bist einfach an die seite gegangen und hast die vorbeilaufen lassen bis dann weiter gelaufen ja ich meine ich mir war sofort mir war sofort klar weil du bist einfach direkt an meine ausgerechnet an meintas gegangen und es war sehr sass ich habe das imposter zu sein dann muss ich schlug denken schlug schwer nee wer ist da gerade weggelaufen exo phoenix schon viel aber ich glaube er checkt es einfach nicht aber er hat ja gerade gesagt dass schlug nicht so ein händiges alter jetzt schon leid ausgehen natürlich krass ich habe gerade irgendwas ich habe gerade irgendwas jungen ich habe keinen kill in electric oh gott hier sind alle einer davon ist mörder kbade ist glaube ich safe sonst hätte das nicht so lange gedauert mit electrical lauchie böse 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 aaa aaa ok gehen wir zur lab machen das hier dann geben wir über specimens zurück so machen wir das ok communications hallo ja ich wollte gerade schon sagen weil kbade war für mich relativ safe weil er war nicht bei lights deswegen wollte ich sagen dass er nicht imposter ist weil das hat echt lange bei lights gedauert muss man sagen ihr wart ja alle da als ich gekommen bin und ja das heißt ich denke dass einer von euch imposter war wenn das so lange gedauert ist ich weiß nicht hat jemand die schalter die ganze zeit ausgemacht ich weiß nicht ich bin gerade mit rosa rumgelaufen dann weiß ich nicht meine augen also mein gehörn das ist ja alles ich weiß nicht ich bin gerade mit rosa rumgelaufen dann weiß ich nicht meine augen also mein gehörn wo wart ihr da auf einmal mit dem bingang ich habe zuerst mal hoch geworden ich habe mich selber geboten ich war gerade in lab ok gucken wir mal Jetzt müssen wir gleich noch zu Specimen, können wir es hier abholen. Perfekt. Und O2, Trash rauswerfen. Hier liegen keine Diamanten oder so drin. Jetzt gehen wir einmal Admin gucken. Oh, alle sind in Lock. Ihr wart gerade alle in Lab, ne? Ja, also ich war gerade Admin. Ich war gerade gerade Admin. Aber nur ganz kurz, direkt danach war Report Buddy. Also ich weiß nicht, also ich war ja die ganze Zeit mit Rosenthal. Könnt ihr das bezeugen, dass Exo für nichts gerade jetzt reingekommen ist? Ich bin gerade, also ich habe keine Ansagen gesehen. Ich bin gerade in der Tür und in dem Türrahmen, da lag die Läuche dann im Laborator. Okay, also entweder es ist halt rosa oder Pizza. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich glaube eher rosa. Es könnte ja auch ein Self-Report sein, direkt Kill und dann Instant Report. Könnte eigentlich aber nur sein. Es könnte jetzt nicht später Rau Report sein. Ich war da, wo man das Ding ins Auffüllen kann und dann zum anderen laufen muss, nach links und dann wieder auffüllen. Also ich weiß nicht, was so mit dem Storage. Ja, ich glaube, dann Pizza, ne? Oder ihr wolltet mich, aber dann... Ja, wollen wir ihn machen? Ja, komm, dann machen wir erst Pizza und dann Exo für nichts direkt. Dann sollten wir eigentlich safe sein. Oh, Menno. Okay. Dann gewonnen. Ich wollte einfach nur meinen Bruder mal töten. Das hat sich doch gelohnt, oder? Ja, oder? Der kommt gleich wieder zu dir. Hauptsache, erst mal sagen, jetzt Self-Report. Ist der eigentlich... Oh, no, ist der gar nicht. Ich brauchst du noch. Er wird geschlagen. Denn ich tue. Liebben. Vielen Dank.